Es ist mein Volk dran, die Sau. Wie spielt man mit so einem Volk-Knoll oder was? Ich nicht. Das ist verboten. Ey. Wir haben jetzt wieder mehrere. Aber ich kann es nicht sehen. Du holst dich krumm ein Bein. Hast du das jetzt geschafft? Was hast du gedrückt? Ja, ich habe Kreis gedrückt. Und dann, also ich habe den grünen. So ein grün? Was ist das? Ich habe nur diese dumme Eule, oder was? Was für ein Scheiß. Wie wechselt man nochmal? Nein. Nein, den Tauberspruch. Nein, nein, nein. Da kommen wir nicht ran. Ich habe unsichtbarkeit. Auf einmal geht's. Im Grundbein kommt er nicht hoch, oder was? Hier, das hast du doch geschafft. Ich bin, ich bin. Das passt. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Hm. Wie kann ich hier rausgehen? Gut. Wir werden mal holen können, Mann. Wollen ist alles für einen Zauberträger. Ich glaube, unten ist der Fliederftrank. Was sucht der? Mit Kelly. Wer hat der? Ja, da. Geh mir so auf die Fresse. Oh. Kann ich nicht mal in der Zeit immer alles einsammeln. Okay. 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 Geh mir so weit von mir. Hm. Zwei. 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 Wollen wir? Ja, das habe ich schon mal rausgesucht. Nein, diese Ansicht. Nicht kaputt. Nicht kaputt. Ich kann aber, glaube ich, im Moment golen. Hm, da kommt es dran. Guck mal. Was ist das hier? Oh, wir können mal über Steins laufen. Wie viel Schulgeld er uns gibt. Ach, die ist doch krank. Ich gehe schnell was trinken. Ich gehe jetzt mal in den Traum. Ich gehe jetzt mal in den Traum. Ich gehe jetzt mal in den Traum. Ich gehe jetzt doch von den Echeln. Ich gehe jetzt mal in den Traum. Es ist eine Reise. Bis dahin. Kann ich trinken? Bewege dich, Hulk. Warum man immer auf die Frauen warten muss, ne? Unglaublich. Weg, 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 weg. Er drückt halt. Kommen wir jetzt zu Luna. Kann ich kurz Krumm reinmachen? Ja. Hol die Katze aus dem Sack. Kommen. Kommen. Ich weiß nicht, ob sie kein Hosen hat. Ich hab schon ein Kleid. Fleisch, jüngle Fleisch. Oh Mann! Kann das Vieh sich das Essen nicht selber machen? Ob du mich verarschen willst? Komm an meine Arme! Blauer Pony! Komm an! Mein Name ist ja... Komm an! Komm an! Komm an! ... Ah, gut schon wieder. Ah, keine Ahnung, ziehe ich wieder mal den Weg hier in die Fände. Komm her, ich muss hier alles aufmachen. Junge, ich wollte dich reiten. Ohne Witz. Ich glaube, ich sterbe, wenn ich hier rüber wäre. Ja, ich bin da schon geschlossen. Warte mal, ich geh raus. Wo ist denn jetzt das Vieh? Nick? Das ist die Bühne. Gut. Was ist das? das blöde ist auf den anderen stein ist auch so ein grünes ding wenn du da drauf kommst du bist auch tot die schmerz Was ist das? Was ist das? Geh erstmal wieder nach oben, dann geht's hier unten weiter. Geh weg. Geh. 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 Ja!